2, 3, 1 Wir sind bei den Proben der Kuhlen Elbstreicher in der Brecht Schule. Es ist das wohl innovativste Kinder- und Jugendorchester aus Hamburg und in seiner Form einzigartig. Nach der Devise Musik macht Kinder stark, finden sich Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren aus ganz unterschiedlichen Milieus zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Und so spielen kleine Talente mit jungen Erwachsenen. Und das recht erfolgreich. Neben gefeierten ersten Plätzen bei etlichen Orchesterwettbewerben erhielten die Kuhlen Elbstreicher auch bereits eine Platin-CD für ihre Mitwirkung an Udo Lindenbergs MTV Unplugged Album. Das Highlight ihrer noch jungen Karriere jedoch war und ist die China-Reise auf Einladung der Chinchai Experimental Primary School in Shanghai. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Begleiten Sie die Kulis, wie Sie sich selbst nennen, auf Ihrer großen Reise nach China. Untertitelung des ZDF, 2020